Willkommen Reisende. Heute befinden wir uns auf der Welt von Space Banks. Das Spiel ist noch im Early Access, also können es einige Fehler behalten. Das war aber nicht weiter schlimm. Wir gucken uns jetzt erstmal den Ersteindruck an. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin jetzt mal im Bord. Also, mal sehen. Da kann man zocken gehen. Discord. Okay. Okay. Ah, dran vorbeigelogen. Okay. 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 ein paar aufgaben ist hier gegen kriegst du auf hundert und hier aber jetzt können wir schon mal auf einen planeten reisen also wir sollen die teleportation area also gebiet und monstern befreien hat das rpg im comics die sieht echt schön aus dann wird rams mit teleportation des integration not on my watch Ich zeige euch die Räume. Beginn mit den Türkei. Wenn du reibigst, musst du dein Weapon erst aufstehen. Was ist das? Ja. Aim, und... Oh, shit. Oh, wow. Roboter, blot. Ma. I need more. Oh, man. Oh, man. You're so good. Oh, man. Oh, man. I need more. oder ein die spart ein bohrmaschinen Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Sieht echt witzig gemacht aus, voll gut. Also man hat eine für Entfernungskampf und eine für Nahkampf, eine Waffe. 86% haben wir zerstört. Wird rechts oben gut angezeigt. Hä? Ist der F gedrückt? Okay. Wissen wir das nochmal machen. Gut, jetzt müssen wir wenigstens mit der Steuerung umzugehen. Das Schwein mit Zigarre sieht auch sehr witzig aus. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wow. Wow. What? 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 Don't be bashful. I see you. Ah, der Kreis. Zählt auch als Prozentangabe, so wie es aussieht. More of them. Okay. 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 Du solltest jetzt wissen, wie du die andere notablen Locationen auf Devil's Gambit kennst. Du musst aufhören, wenn du einen famous Pathfinder bekommst. Hier hin? Ja, auf die Achse hab ich gar nichts. Lief vielleicht mal höher rein? Touch attack. Ah ok. Mehr Schaden auf kürzere Distanz. Können wir mal testen. So, müssen wir jetzt hin. So. Uh, das ist ja cool. Man kann den Gegner jetzt festhalten. Okay. Hieroprozess. Strangements. Oh Gott, jetzt geht's los. Oh, ein Talentbomb. Schnelligkeit. Können wir ein bisschen... Auf Stärke siehst du schon Schnelligkeit von vornherein besser. Kann man erstmal den hier nehmen. Okay. Null Punkte über. Hier fehlt uns noch ein bisschen. Null Punkte über. Hier fehlt uns noch ein bisschen. Alles. Na ja, statt F drücke ich mal D, aber ansonsten. Oh, keine Mission. Dann gehen wir mal da hinten hin. Und dann gehen wir mal da hinten hin. Okay. Du bist da hinten hin. Und dann gehen wir da hin. planeten auf denen wir eben fahren aber jetzt auch eine aktive aus testen können mittendrin kann man belohnung waffen im level bereich 13 bis 15 das ist jetzt ja ich habe noch vier und gar nicht freigeschaltet die verbindung zum server dauert also wir laufen immer dahin wo die maus hin zeigt dass man das mal merkt die casino kann man ja nur verlieren was kann man denn noch was ist er denn coming soon mission startet gut dass man während das noch umlaufen kann aufmachung erinnert ein bisschen an borderlands ich stehe da kommt dabei springen habe ich jetzt nicht aufgepasst das macht spaß das will er von mir okay und am anfang immer schön alles mitnehmen alle kisten öffnen kleinen moment bitte so weiter kann es gehen hier ist wieder noch eine schöne kiste den habe ich jetzt aber nicht gesehen türen mit rätsel kritischen schaden er lebt mal nach der kiste jedoch zur seite also kiste ist denn wir brauchen ganz viele kisten sind die welt zu elevator Was? Okay. Okay. Guck ab. Wo geh ich jetzt mit dem Kabel hin? Ah, da drüben. Hier geht's. Cool. Können wir einen Kran fahren? Oh, ein Kran mit Magnet. Das ist ja schön. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, okay. Hm. Kann ich dem da drüber kommen? Ah, das klappt bestimmt nicht. Lieber lassen, sonst sterben wir. Yeah, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ja. 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 Kiste. Alienpflanzen. Können weg, wie wir ja schon wissen. Was zum. Ah, dafür war es wohl gut, dass wir die Axt mitgenommen haben. Ah, oh, da ist Kiste. Ah, andere Seite. Oh, shiny. Es scheint, wir müssen 34 Kisten. Oh, scheinbar haben wir was kaputt gemacht. Oh, ne, das ist ja nicht weiter schlimm. Uh, da sind stehende Kampfroboter. Oh. wir haben eine barrikade gefunden das heißt die sind ja nicht die stellen sich in eine reihe also die lila was jetzt krass habe ich mitbekommen ja also bei den lila fässern sollten wir nicht rumschießen bringen anscheinend aber nun wissen wir ja für den anfang schon mal etwas bescheid die mission können wir wahrscheinlich noch mal machen weil wir so ja gar nicht die kisten alle abgeben können da fahren wir noch keine neue müssen als nächstes noch mal die mission wiederholen das werden wir aber dann in der zweiten folge machen das war erstmal ein erster eindruck von dem spiel sieht sehr schön aus wir werden gucken was man hier noch alles machen kann es gibt ja noch einige sachen die wir freischalten müssen oder können den talent baum und sagen gucken was kind freischalten ob was für schöne waffen gibt also kommt noch einiges auf uns zu aber so wie es schon im early access aussieht es macht sehr viel spaß diese kombi kraft gefällt mir persönlich sehr gut müssen wir dann bei der nächsten folge mal gucken dass wir die mission mit den kisten erstmal machen bedanke ich mich auch mal fürs zuschauen abonnieren nicht vergessen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal just a scratch Untertitelung. BR 2018